So, jetzt wollen wir diesen Quader mit Stufe auch ausdrucken. Wenn wir den jetzt einfach so ausdrucken würden, würde der auch einfach so rauskommen. Wir wollen aber eine technische Zeichnung davon machen. Wichtig ist, dass dieses Teil gespeichert werden muss. Also hier auf dieses Solid Edge Symbol klicken, speichern unter, speichern unter und dann einen Ort auswählen, wo wir den auch wiederfinden. Wir können den auch entsprechend benennen. Dann machen wir mal nur Quader, speichern. So, und dann brauchen wir ein neues Programmteil, also neu, und zwar eine isometrische Zeichnung. Wählen wir aus. Jetzt ändert sich auch die Oberfläche. Jetzt haben wir so ein technisch Zeichnenblatt hier drin in der Programm-Oberfläche. Dann brauchen wir den Ansichtsassistenten. Und jetzt müssen wir schauen, wo ist unser isometrisches Teil gespeichert. Das findet er jetzt nicht, weil hier als Datei eingestellt ist ein anderes Solid Edge Element, nämlich ein Assembly-Dokument, und wir haben es aber als Part gespeichert. Also PAR-Datei müssen wir suchen. Und da ist hier das auch schon, und wir sehen es in der Vorschau, das müsste der richtige Körper sein. Wenn wir den hier also auswählen und sagen öffnen, dann können wir jetzt hier schon entsprechend unseren Körper auf dem Blatt positionieren. Allerdings gefällt mir der Maßstab noch nicht. Ich stelle das mal um, um mal 2 zu 1. So, und dann klicke ich einmal. Dann habe ich den Körper schon mal von vorne. Wenn ich jetzt den Cursor nach rechts bewege, passiert Folgendes. Ich habe die Ansicht von links. Wenn ich den Cursor nach unten bewege, habe ich die Ansicht von oben. So schnell kann man also ein Dreitafelbild erzeugen. Und dann gibt es noch was. Wenn ich das Ganze nach rechts unten ziehe, dann habe ich auch noch ein isometrisches Raumbild. So, damit ich jetzt aus diesem Modus herauskomme, einfach mit der rechten Maustaste klicken. Und dann bin ich hier heraußen. Wenn mir die Aufteilung nicht gefällt, dann kann ich trotzdem noch auf auswählen gehen und kann das Ganze noch etwas verschieben, so dass mir das passt. Das Raumbild kann ich auch entsprechend verschieben. Und ich kann auch noch hergehen, wenn ich sage, ich möchte im Raumbild aber die verdeckten Kanten haben. Rechtsklick. Ganz unten steht Eigenschaften. Das sieht man gerade nicht im Bild. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Rechtsklick. Hier ist Eigenschaften. Und dann unter Anzeige verdeckte Kanten ein Häkchen hinmachen. Okay. Man sieht zwar jetzt noch nichts, man muss noch die Ansicht aktualisieren. Und dann sind die verdeckten Kanten hier auch drin. Ja, und dann kann man das entsprechend ausdrucken. Man hat eine technische Zeichnung mit drei Tafelbild und Raumbild. Wenn man von dem Raumbild einen anderen Maßstab haben will, kann man das auch entsprechend noch mal im Nachhinein einstellen. Das ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen zu klein. Und dann kann man das Ganze ausdrucken. Dann muss man das F dot com oh př. Ich auch nicht. also masturbation. Dann muss das nicht wieder machier sein.